Einen wunderschönen guten Abend, liebe Überlebenden und Dschungelabenteurer und willkommen zu einer neuen Runde bei den Geistern von Amazonien. Zusammen mit mir, dein Natzen und dem Eschbörn im Part 3. Hi Eschbörn. Ja moin ihr Lieben, hi. Moment aber ich sehe nichts. Wir wollen mal gucken, ob wir den Häuptling heute finden. Ja, genau. Übrigens ein sehr schöner Sonnenaufgang hier. In der Tat, in der Tat. Richtung Norden hat man gesagt, so? Ja, ein Stückchen. Also ich würde mal gerne hier die Felslang weiter entlang gehen, weil da oben geht es hoch und ich glaube, das ist eher der Weg. Ja, das klingt gut. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe zwei Parasiten gerade. Ich war sie los und jetzt habe ich wieder welche, weil ich muss sie ja trotzdem wieder essen. Ich habe nur einen und kaum Proteine, die dann immer so ist hier, ne? Ja doch, so geht es mir eigentlich ganz gut. Oh, hier sinkt ein Ingo. Ah, warte. Disgusting. Der klingt so nah. Ah, da. Da, wieder ein Jagdstamm. Oh, ich habe mir in die Nüsse geschossen. Leider wäre ich auch sauer. Man schießt niemand in die Nüsse. Wolladella, ich komme. Ach, da steht einer neben mir. Ja. Du warst von zwei umgeben. Warum sagt der denn nichts? Der hat eigentlich die ganze Zeit schon rumgemeckert. Du kriegst ja wieder nichts mit. Ich habe da irgendwas im Augenwinkel wahrgenommen. Ey, guck weg, das ist meiner. Ja, ist ja gut. Was ist das Pinguishis hier? Ich habe mir die gerade gemacht. Ich habe mir gerade wieder neue Pfeile gemacht. Ja, ist ja gut. Ich sehe eine Legende. Ich auch. Ja, komm, die darfst du jetzt nehmen. Hey. Sieht so cool aus, irgendwie. Erst wenn die Amulette zerstört sind, wird sie Frieden finden. Okay. Oh, da war noch ein Pfeil. Dann müssen wir was kaputt machen. Kaputt machen ist neu. Dann ist er denn hier rum. Hä? Hallo? Hallo? Wer war das? Hey, ich bin Houdini. Ich lasse ihn schweben. Bei mir schwebt nichts. Dann muss ich mal bei dir gucken, was du wieder siehst, was ich nicht sehe. Leute, genießt die Show nur heute hier. Magician Ashburn. Er schmeißt ihn und er wirft ihn. Ich sehe nichts. Und jetzt hängt er im Baum. Lingo? Ja. Witzig. Jetzt bleibst du im Baum hängen. Ja. Jetzt kommst du? Nee, das muss ich als Screenshot haben hier. Wie der hier im Baum hängt. So, da unten ist wieder der Fluglandeplatz. Da komm mal her. So, und da hinten geht es noch nicht weiter. Das war zu. Entzuckung. Da war zu. So, vielleicht können wir hier. So, hier ist noch ein oranger Pilz, weil es du möchtest. Oder zwei sogar. Ja, 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 ja. Ich bin meine Parasiten jetzt erstmal los. Ich bin einen los geworden. Immerhin. Ja. Ich hab einmal wieder einen dazugekriegt. Ich hatte Glück. Manchmal kann ich das auch gebrauchen. Das können wir alle hin und wieder mal gebrauchen, was? Ja, das ist wohl so. So, also hier an der Felswand gibt es keine Höhle oder Durchgang oder sowas, wie ich sehe. Schade. Schade, schade. Schade, genau. Ja. Ja, Häuptling, wie kommen wir zu dir? Eine wirklich interessante Frage. So, hier vielleicht drumherum. Aber echt so eine krasse Ehrenrunde. Oh, hier sind wieder Ingus. Das ist wieder ein Jagdstamm. Ja, das hält in Übung. Ja, 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 uff. Wie geil. Ey. Wer dir erlaubt, dich zu wehren? Ey. Oh, warte, da war noch einer, ne? Hier hängen noch einer in der Luft. Echt, schon wieder? Ja. ich weiß nicht ich glaube ich glaube ich habe es verendet ich habe schon wieder so ein komisches egelzeugs hier leute ich könnte mich mal waschen ich weiß gar nicht mehr nach ich suche mich jetzt in meinem dreck die egel übriges also proteine sind auch gleich wieder voll bei null ist denn da hinten das sieht aus wie eine höhle da bist du ja mir aber eine legende und da kommen wir irgendwo ach so willst du da kommen wir nicht hoch ist eine unsichtbare war ja ist mir egal ich kann unsichtbare wand zum schutz ihrer liebe versteckte das mädchen vier zeremonielle amulette im dschungel wir haben alle legenden gefunden aber noch nicht diesen gott verflucht aber dann heißt schon wieder durch den ganzen dschungel stümpern nach diesen amuletten sind vielleicht finden wir ja zum schluss irgendwelche hinweise komplett ist wieder man muss nur lange genug warten dann kommen dazu also wir haben keinen neustart oder so gemacht wir sind seine erfolge davor immer noch im gleichen spiel richtig hier geht es mal rum guck mal die stelle wo wir herkommen scheiß super hier waren wir schon wo ist der häuptling der ja werde ich jetzt gesperrt darf ich das noch sagen das darf man noch sagen gut wir sind bananen ich esse nichts ich will wasser ja ich hab auch wasser wäre echt gut ich hab auch ganz viele bananen gerade noch unterwegs gesammelt gehabt wasser wäre echt so eine geile sache ich wette wir finden sogar diese amulette eher als das darf man nicht wahr sein das darf doch echt nicht wahr da hinten hatten wir die ingos geplättet ist da nicht nur wasserfütze oder sind alle die spiegelung von den blättern das war hier lang ich hab hier waren wir noch nicht lang oder doch ich weiß jetzt nicht ich weiß dann auch nicht mehr wo wir hier schon wo bist du da schon wieder fahrt schon wieder müde gibt es noch nicht ach so ne hier kommen wir gleich glaube ich wieder zum fluglande platz ja das ist murks hier so durch den dschungel ohne kohl ohne proteine ehrlich ich bin schon wieder müde ich kann schon wieder ja ohne wasser wird das hier nichts ne warte mal hier geht es runter ich glaube das hier ist richtig eventuell auf jeden fall habe ich schon roten bereit hier legende in seiner hand trug er einen blitz alle führten sich vor ihm außer der neusigen sat no ok klingt nach zeus ja auch mit dem blitz und so ja 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 irgendwie falsch hier geht es einmal voll gegen die wand was ist das denn hier auch wieder unsichtbare wand scheiße kannst du auch nicht weiter ja super ja auch nicht nee dann wenigstens keine imaginären piranhas das ist schon mal wahr also ich kann dir schon mal sagen dass ich gleich schlafen werde ach du schläfst dauernd und zwar exakt 3,2,1 jetzt so ist echt der verschlafenste typ den ich hier im dschungel erlebt ja ich habe kein fleischstand schlafe ich den ganzen das ist doch jetzt normal aber ich glaube auch ja bei mir sieht es auch über aus also noch bin ich nicht im knallig roten bereich aber es wird übel gerade ich habe bei proteinen 0 du sagtest doch was vom wasser im osten lass uns doch da mal hingehen ja ging ja nicht da ist ja die diese diese unendlich große spalte zwischen uns und dem wasser ja ich habe ja gedacht wir finden den weg dahin das war ja das ziel ich wollte ja zum wasser ja sonst bleibt uns wohl nichts anderes übrig als zur kletterstelle zurück und nochmal runter zur anaconda insel um uns mal eben zu waschen und zu stärken und was weiß ich ja aber bringt das was ja klar macht doch keinen sinn wenn du dauernd ja das ist richtig ja und wir können nichts essen so wie wir jetzt aussehen aber aber wir müssen ja wieder jetzt warte mal komm mal mit komm mal mit komm mal mit ich war da müssen wir hin da gibt es eine stelle da müssen wir runter tauchen ich glaube hier einmal noch rum komm mal mit ich hatte es echt nicht mehr auf dem schirm klar hier war das doch hier kommen wir runter ach wie konnte ich denn das vergessen wenn man den urlaub schon mal hier gemacht hat ja irgendwann in den 90ern so hier geht es runter wie geht es dir ja ich schlafe gleich ja das wollte ich wissen ja ich höre es wir kriegen wir kriegen wasser vom himmel das ist blöd da können wir kein feuer machen müssen wir wieder bauen und so hier ist aber hier waren wir doch gerade hä aber hier wird es doch die stelle sein wo man runter kommt scheiße das ist die stelle du hast recht scheiße aber hier muss es doch scheiße das ist jetzt zu ja aber wir haben doch gerade von da oben habe ich hier nicht schnüffelst du an mir nein scheiße ja dann weiß ich jetzt auch nicht wie wir da runter kommen weil eigentlich ist das die stelle wo man langkommt ja ja das weiß ich jetzt auch nicht aber wir werden sauber dann ist ja schon mal was ja dann mach ich hin etwas ja dann lass uns doch mal du kannst die map studieren warte hä ey jetzt stehst du in mir und ich sehe deine map geh mal weg so wo sind wir überhaupt wir sind hier unten bei also von der map aus gesehen 24 28 da an dieser legende da sind wir gerade so da sind wir ja da wäre der ding so und schau mal da gibt es ein pfeil siehst du den da drüber ja da ist irgendwie ein pfeil ja aber der zeigt zum der zeigt von oben nach unten äh von unten nach oben ja genau aber ich würde gerne mal dahin das ist hier noch da waren wir zwar grad schon aber lass nochmal um die ecke vielleicht haben wir da irgendwas übersehen ne ich kann nicht rennen Entschuldigung ich werde aber auch gerade wieder müde wir müssen gleich nochmal zum fluglande platz ach jetzt regnet es schon nicht wieder egal ich habe nur noch zwei dreck ich auch das hat ja schon mal was gemacht immer noch aber wenn es jetzt regnet dann regnet es ja jetzt wieder öfter ja aber am anfang dauert es erstmal ein bisschen also da kommt immer langsam immer erstmal ja aber du hast hätte ich wenn ich noch keine verflixte kokosnusskunde ne so das müsste die stelle hier sein und der zeigt uns an wir kommen hier hoch warum kommen wir denn dann hier nicht runter vor allem wie kommst du nicht so tief hoch nein das geht ganz schön tief runter eben und guck mal das ist ja die stelle ich schlafe ich schlafe ich bin hier runter gefallen bist du oh gott boah ziemlich knapp ne aber vor allem wenn wir da runter kommen dann sind wir wieder an der stelle wo wir nicht weiter kommen das kann das nicht sein ach jetzt heult er auch rum dass er müde ist warte mal das aber hier kommen wir auch nicht weiter aber hier neuer ort neuer ort da ist ne kletterstelle da ist ne kletterstelle da ist ne kletterstelle da ist ein seil da ist ein seil ja ja ein drittel bei mir aber ist jetzt auch nicht mehr das wahre ne das hat nicht die stelle von der wir kamen ne ne nein mal guck hier ist bambus zack da ist er da ist er da ist er gut aber ich hab auch sonst nix warte hier sind zucker alles mitnehmen was geht dass wir gleich was brutzeln können ja so hier ist wasser oh wasser ja oh herrlich herrlich ist nass so springt da direkt rein aber ich ja auch scheiße ich auch nicht Mist wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus hoffentlich sind hier keine piranhas hier oder trokodile ja hier sind kaimane ne hier so so mir egal ich trink das soll ich gleich auch ähm ich werde hier jetzt gleich ohnmächtig du auch ich auch so wir müssen uns schnell hier betten bauen das schaffe ich schon nicht mal mehr oh ich bin in zeitlupe unterwegs oh herr einmal einmal wecken bitte ja warte mal da habe ich mich völlig umsonst gewaschen wir sind schon wieder dreckig jetzt ja aber wieso bin ich denn jetzt hier in zeitlupe unterwegs ich überladen tatsache konnte das denn jetzt passieren stein weg so so betten sagst du ne ja ich werde jetzt aber ohnmächtig ich muss mich gleich wecken ja und tschüss ok beim bettenbau so na klasse äh wo ist das denn hier jetzt hallo da du stehst direkt bei mir steht hier ja 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 alles gelb hier so ich leg mich schon mal hin ja ich suche noch mal hin das ist etwas dreckig wieder aber ist nicht schlimm da musst du hier wegkauen mach mal krampf ey mach mal krampf ey ja durstig ja das unnötig durstig alles so ich bin äh wach ja ich hab noch nicht mal geschlafen aber ich weiß auch nicht ob das eine gute Idee ist ey was schlafen du kannst du hättest bei mir im bett schlafen können ne ja gut wir wollten ja eh nicht also wir wollten ja eh nicht gleichzeitig jetzt hab ich eins ja ja ich muss ein bisschen gucken wegen ich hab trockenfleisch gesundheit was das muss ich mir jetzt leider selber ja das muss ich mir jetzt leider selber geben aber ich hab hier noch Dosenfleisch wenn du willst oh ja gerne gerne fällt mir gerade ein stimmt oh hier das hat sogar 30 das eine ja warte hab ich gar nicht mehr dran gedacht und ich muss auch noch was davon essen zwei minuten noch so wo hast du es hier und hier wieso haust denn du drauf ein das weiß ich auch nicht mach ich nochmal so ein parasit ja 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 so da vorne ist wieder so ein so ein totem was wir reparieren könnten das machen wir jetzt aber nicht wir suchen jetzt erstmal den häuptling hier ist das wasser ne es regnet wieder yay das heißt wir können auch bald die andere quest noch zu ende machen ne das rätsel no bad idea ja ja achso nicht du ja ja ich meine er hier mit seiner bad idea ja ja hätte ich auch gesagt oh endlich mal wieder sauber ja aber ich hab zwei parasiten ne äh äh warst du zu gierig ja aber ich hab zwei pilze alles ist gut mit sauberen Händen gegessen so sonst müssten wir mal irgendwo ein feuer aufschlagen wa obwohl jetzt hab ich wenigstens von allem wieder die hälfte mein arrafleisch ist vergammelt na tolle wirst so erstmal alles essen machst du denn hier alles ach ich schwimme und spring hier rum und ich hab mich umgeguckt und ich glaub wir müssen in diese Richtung oh oh hier ist ne Höhle ja warte mal ich bin direkt hinter dir ich bin quasi schräg hinter dir ja ich seh's es seh's so ich bin mal wieder halbwegs fit hier ey und hier ist ne Legende ja die ist warte mach du mal es ist eine Geschichte über die Affenwächter hu 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 okay warst du das jetzt? ja neuer Ort neuer Ort schon wieder? ach die Legende ja ja hui banana ich hatte gehofft hier wäre jetzt der Häuptling gewesen ne irgendwie wohl nicht aber der muss ja jetzt hier mal irgendwann kommen ne ja ja wir werden wie das sauber ich bin sauber ja ich jetzt auch ich kann essen ohne angst zu haben ja wartest du kurz ich bin schon wieder auf dem Weg hinter dir ja ist gut ich geh nur ein kleines Stück vorwärts keine Panik wenn du mich nicht mehr sehen solltest geh einfach geradeaus ja aha also hier geht's weiter aber Geronimo nein ich will da noch nicht hin eigentlich scheiße weil ich weiß nicht ob hier ja warte mal ich weiß nicht ob der Häuptling hier sein könnte oder da unten mhm aber hier ist es vom Weg ne ja ich weiß auch was das ist mhm ja mir ist egal wir können auch erstmal hier oben alles absuchen macht ja Sinn ne warte mal ich will mal eben gucken wie es da unten aussieht kurz vielleicht kommen wir ja auch stattdessen hier zum Häuptling ich weiß es wirklich nicht nö ich auch nicht ja hier ist wieder so eine abseitstelle ja weil ich meine hier müsstest du normalerweise tauchen da ist noch eine Legende willst du die die eben schnappen wo bist du? da oben hier unten ich bin hier jetzt gerade auf dem Weg nach unten direkt neben dem Wasserfall mhm 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 an der abseitstelle oder was mhm ja du musst hier zu mir oder bist du schon runter komm mal hier ich bin doch drinnen hier wie kannst du mich nicht sehen ja komm mal ich hab deinen Namen ja gesehen aber hier ich nicht hol dir die ja ok so die nächste Legende die sind immer wach und bewachen drei Seiten des Dorfes komm mit ich weiß wo der Häuptling ist ja ich denke ich weiß wo er ist ich sag es so oft na aber ich glaube diesmal weiß ich es wirklich und wenn es so ist dann ist es jetzt eine ganz schön fiesen möppige Angelegenheit echt? das wollte ich nicht hören so hier ist Wasser yeah hier ist noch eine Legende yeah oh echt? ja hol dir die auch ich hab eben auch zwei na gut keine Ahnung so geil wenn er voll ist wird er zum Dorf kommen alten Säufer ich glaub wir haben noch nie so viele Legenden in einer Folge gefunden ne echt nicht Tag der Legenden heute du aber echt aha hier ist wieder so ein Totem ja hier ist ja ich weiß hier sind auch Ingos ich hör sie aber ich seh sie noch nicht ja hier ich hör sie auch nicht Jagdstamm Jagdstamm kriegt vor uns ja jetzt seh ich sie zumindest mal der hat gelacht so der ist tot der hat schnupfen anscheinend der hat gerade genießt Alter der ist auch tot so Ashburn es ist wie ich jetzt denke ja wir müssen hier gleich ganz viel schwimmen hier gibt's Kaimane hier gibt's alles was dich töten kann gibt's in diesen Gewässern ja super wir müssen hier ganz viel durchschwimmen wahrscheinlich gleich bist du dir da ganz sicher ja na gut dann sterben wir hoffentlich nicht umsonst aber ich weiß nicht ob wir in dieser Folge den noch erreichen das weiß ich nicht was sollen wir machen ne tja was sollen wir machen können jetzt nicht aufhören hier also ich bin mir nicht ganz sicher ob er natürlich da ist aber die Vermutung liegt sehr nah ja hm was fehlte denn noch da war noch ne ganze Hütte ach so ah da hab ich zu viel gekriegt hier warte kurz ja warte ich weiß in etwa wie man gehen muss aber in etwa wie gesagt aber Kaimangefahr wie gesagt so es sieht hier alles ein bisschen anders aus weil wie gesagt hier ist viel mehr Gewucher als wie in der anderen Karte oder anderes Gewucher also komm mal mit weil es gibt hier seichte Wege die hier durchführen bis zu einem gewissen Punkt du musst mir folgen ja wo bist du da ja wir müssen jetzt hier im Dunkeln durch aber das ist mir lieber als hier jetzt gleich vom Kaimann erwischt zu werden alles gut warte einmal in Egeln ach Gott auch das noch ja so hier ist die nächste Stelle genau so fertig komm ist nicht ganz leicht aber ist nicht schlimm hier mhm also könnten hier auch diese komischen Rochen sein ja hier ist alles okay Rochen weiß ich jetzt nicht aber hier sind auf jeden Fall fiese Fische hier ist ein Kaimann direkt voraus jo 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 ja Nice ja go jo 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 paar sachen trennen mal gucken also wenn du eins nehmen würdest wäre das schon cool dann wird es bei mir ja nicht hier unter der rose ja ja sehr gut weil proteine sind ja immer so eine sache 5 weg ja ich habe nicht auseinander genommen ja war stich eben nein nicht er wollte schon wieder schön die füße und den ohren weiter geht's da ist ein typ fischer sicher ja ja dem müssen wir wieder helfen da wenigstens einer der sich auskennen ein bisschen ja es gibt aber ein paar stellen da bin ich auch manchmal da denke ich mir auch manchmal scheiße jetzt geht es nicht anders weiße aber ja so wie hier ja genau warte ich habe ein egel ausnahmsweise nicht ich gehe mal gucken man da will ja da will wieder ein bambus bogen ich sehe das schon und natürlich wasser und ich kümmer mich ums feuer du kümmerst dich um den bogen hier ist eine schildkröte die lassen war ich habe genug panzer auf für uns beide gerade dabei ja ich habe auch mal ein wir haben auch kein platz mehr um das irgendwie ich wollte noch kriegen ja ich rede hier so weiße wo finde ich jetzt die stöcke ich habe auch welche ja schmeißt in schmeißt da rein wenn geht 22 stück ich bringe so cool soll das was wir dann bambus bogen gibt es kein bambus ja deswegen aber er will ein bambus bogen er scheiße der bambus ist oben gewesen wo wir vor der kletter stelle der nächste bambus wir finden dann brauchen wir uns ja keine mühe machen der will sogar feile jetzt habe ich dem eingegeben wieder her denn wieder her hier ist kein bambus und ich weiß hier gibt es keinen kannst du musst gar gar nicht so gut also normalerweise ist da wo wir jetzt hingehen labor das wird jetzt natürlich nicht da sein ich weiß nicht ob überhaupt was da sein wird und es sieht so aus es ist dann nichts aber ich weiß nicht genau hier müssen wir ein stück schwimmen oh hier ist ein dorf da wesen dorf ist ein richtiges dorf also das sind ein paar mehr ist es so weit ich habe 15 kommt ich gebe dir welche aber ich habe meine letzten kleinen stöcke ins feuer geworfen war für mich gebraucht haben alles klar mit gefangenen hier ich hatte in den hintern getroffen und dann sind wir wirklich viele ja gleichzeitig daneben aber jetzt habe ich gemacht der knochen mal hier noch mal scheiße ich bin im eimer ich habe keine dings mehr ich glaube ich auch nicht scheiße ich auch nicht und der knochenmann haut auf mich ein das blöd und der andere ist auch noch am start ja so jetzt geht es doch ich habe mir was auch der kommt zu dir ich weiß ich bin doch schon ich habe ihn gleich oh nein jetzt bin ich tot ich bin tot nein ich flüchte noch so ist der penner denn ich höre den auch nicht ist der tod ja der liegt hier tot neben mir ich weiß jetzt nicht wo ich rauskomme leute na ja wahrscheinlich ich weiß nicht irgendwie das ist ja 20 20 links er ist überall zwei leute auch von mir hier bin ich jetzt man wo man dann lassen ja 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 ach du nicht so jetzt habe ich aber hier ich so wisse haben links nur ich bin noch voll weit weg jetzt bist du noch an dem komischen an diesem see hier ach da nicht am 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 dings ich bin nicht bei dir auf der ebene ich muss noch zu diesen wasser fällen das ist ja gut so jetzt muss erst mal die gehen wir auf den sack hier die häuser leute ich bin ich bin schon mal die ganzen pfeile die da sind dann sind auch total viele von ja ich mache alles hier von mir sein und ich gucke mal was ich aber ich hätte jetzt bambus hier ich kann ja auch man muss mitbringen aber der typ ist ja wahrscheinlich weg jetzt ganz vergessen stammesexte liegen hier um deine ganze sachen hier so ich bin jetzt gleich wieder hier unten bei dem wasser wo du bist aber ich muss mich hier erst mal wieder durch die gegend kämpfen ja 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 macht meine sachen aber die sind ja die liegen liegen hier ich sehe jetzt kann erst mal alle feile so weit so gut ja macht das mal junge junge du brauchst auch mal ein nasen piercing so das war eine runde kommt der knochen man da an mit dem habe ich jetzt mal überhaupt nicht gerechnet ja aber dann sehe ich das jetzt mal so den haben wir dann jetzt wohl hinter uns vorerst vorerst ja wie oft kam der jetzt dritte mal vierte mal dritte mal oder ich glaube ich weiß es nicht so jetzt ist bei mir am anzug auch was kaputt er kam vier mal das ist das vierte mal gewesen krasser typ wir haben den einmal entdeckt auf als wir auf der falschen map waren dann ist er uns nach hause quasi gefolgt oha wir haben damals einmal nicht getötet stimmt wir haben jetzt dreimal getötet aber viermal leider uns getötet ja ja mich jetzt das zweite ja gut ich habe nur noch neun feile gefunden hier das ist echt mies das ist übel ja ja gut ich habe noch ein bisschen rädern paar kleine stöcke dabei und dann geht es auch wieder hier ist auch noch eine legende ja ich habe die nämlich jetzt nicht woher ich habe zwei erst okay ich komme ja wollen wir hier nicht unfair werden hat ein gentleman hier bin ich wahrscheinlich irgendwo falsch abgabe bin ich nicht hier ist eine höhle warte mal dass eine legende drin ich schnappe mir die einfach ja so in der dunkelheit zusammengefügte delikatessen weisen den weg ja wir können ja da gleich rasten das ist doch eigentlich schon geplättet der größte wurm das schlange ja ist möglich das ist bestimmt auf der ersten map diese komische geschichte mit der flange ich bin jetzt glaube ich wieder bei dir entweder das oder ich renne ins nächste ingo dorf wir sind noch zwei ingo skade ja ich bin ja da die hände aber weg wie man ja die sehen hier ist nicht mehr viel los das war eine sache die ist vorbei da wurde der komische der knochenmann der komische super kann wir sind auch schon bei minute 37 oder müssen wir jetzt mal wirklich langsam machen ja ja leute dann wird das war immer noch eben wird zumindest plätten ja dann mach mal ich sammle hier meine sachen ein dann haben wir das noch mal mit allem gemacht ja ich sag ja die kommen ja auch richtig groß jetzt mittlerweile vorecht ja dann fahren jetzt glaube ich sechs ingos plus den ganoven letztes mal das dorf was wir geplättet haben das war auch so riesig meine ich habe ich auch noch gesagt das kommt ja aber ich habe jetzt kein hier nichts mehr zum ausnehmen hier die die klinge ist weg da liegt doch irgendwo in der klinge rum ja ja irgendwo finde ich schon mal mein bogen ist auch weg ja hier ist die zweite stammes axt bürgen liegende auge noch um ja das ist meine axt durch die gute neue ach quatsch nein ach die habe ich ja auch noch ja dann würde ich sagen wir mal jetzt schluss hier wird auch grad sonnenuntergang passt noch gut brauchen wir uns gleich einen speicherpunkt und werden da auf doch wer hat dann gesagt ja ich ich dachte du bist schon dran ich wusste es kann ja ihr lieben wenn euch die runde heute mit uns gefallen hat dann lasst uns sagen daumen nach oben da schaut auf unsere kanäle wenn es noch nicht getan hat lasst uns das abo da klickt auf die glocke damit ihr jede benachrichtigung mitbekommt jedes mal mitbekommen wenn wir was neues hochladen lasst uns gerne auch kommentare da wenn wir uns sehr drüber freuen ansonsten bedanken wir uns fürs zuschauen wünschen euch einen schönen abend bis dahin ciao bye bye